die kisten wird durchstöbern ich glaube kaum dass du das noch hast hast du die questen abgeschlossen das aber sagt nicht bitte dass sich ins e system gepackt hat oh mein gott packt doch nicht bitte mal das ist im e system oder irgendwie sind in der kiste rein ich muss den scheißen rausholen ich brauche ein nether ding wo ein nether cube die musik zerstören dann wieder auf ja wissen sie schon immer selber jo das braucht ein bisschen lang ich habe erst zwölf prozent energie was er fertig gemacht hat pam pam padam Ich hab geschrieben, könnt wieder aber irgendwie. Wenn ich will, hat schon. Achso, jetzt. Ich brauch so lange, das ist so ätzend. Ich brauch so viel Strom, so viel Strom, du. Ja, mein Gott. So, nächste Quest war, glaub ich, für dich, ne? Ja, nächste Quest ist für dich. Ich muss an den anderen ran. Was? Hm? Oh mein Gott! Komm mal her! Was? Ich hab was für dich. Du wirst nie drauf kommen, was ich grad bekomme in deinem Pack. Guck mal in die Kiste rein. Ja, ich guck gleich, warte. Ich muss hier grad mal was machen. Bom, 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 bom. So, das haben wir. Das geht mal wieder aus Feuer raus, oder was? Machen wir dafür mal ein paar mehr. So, das passt. Das kann bestimmt nur noch die frischen Textelement. Feieres Malte. Ja. Also das Ding. Der Kopf, ja. Was hast du auch? Zwei Herzen? Mhm. Ich hab' bekommen. Wie viel hast du denn bekommen? Auch zwei. Ist gut, ne? Mhm. Toll. Wie soll ich das herstellen? Jetzt muss ich Google nutzen, weil es nicht darstellt, wie man das herstellt. Hast du die aus dem Pack bekommen? Ja! Achso. Mein Jam Picks. Boah, fünf Herzen wieder. Ist gut, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, was das für ein Pack war. Doppelgrater nur. Ich glaub, das war nur ein Grater. Ich hab' mit dem Goodpack ein halbes Herz bekommen. Äh, wir haben noch ein halbes da drin, ne? Ja, ich weiß. Wollte ich grad sagen. Was denn? Und ein kleines Miniherz brauchen wir auch noch. Dann haben wir ihn wieder noch. Endertank 2. Endertank Energy Input. Okay. Endertank Glass. Ähm. Ähm. Ha. Da, das Halbe. Put helium 2 in put 2 Haxidum. Ne, hudel. in time mit dem bilder und mit dem platz kristalle der politik block laborator warum kriegt man so eine schätze eigentlich so ein wir haben allmählich immer mehr platz wir haben die zelle was eine wive zelle kein hellseher keine hellseher jetzt wollen sie immer googeln hier immer noch mal hart machen wir daraus ein halbes dafür gibt es auch in der wiki nix jetzt muss ich mir ein tutorial angucken damit ich weiß wie ich das hinkriegt das dauert 26 minuten jetzt muss ich mir das rausfiltern wo die scheiß zeug ist ja aber ich verstehe warum die rezepte dann nicht irgendwie gemacht werden hast du die sachen eigentlich sehr sortiert gehabt welche in den kisten oder einfach rein einfach ein ok weil ich ja was bekommen hatte vielleicht habe ich davon noch was da nicht das ist schon mal gut ok das ist schon mal gut wie macht man den block auf solltender schlock auf bedrockung ok das können wir ganz leicht herstellen block auf solltender wie so ein ende brauchen wir dafür müssen wir dann da auspflücken haben wir den rippen dann waren bei ende ja haben wir nicht weil kann ich ja nicht ganz ach so der braucht auch nur energie ne das ende dafür brauche ich ja die enderperlen dass wir jetzt bald warte 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 der da 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 das muss sich immer in der 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 zahl der zählte aber 160.000 alles klar warum nicht mal kommen ja er muss jetzt ein bisschen rumtüfteln jetzt hier was hatte ich noch das kann keine ahnung keine ahnung 15 prozent der energie habe ich es hier alles klar dauert auch nicht nö überhaupt nicht geht doch ganz schnell merkst du doch definitiv das sind solche sachen die mal nerven die so lange brauchen so das ist eigentlich ganz oben das ist ein building oder was das ding bei gewinnen haben wir natürlich ganz viel brauchen nur wieder aluminium wieder erst mal gucken wie viel ich brauche um die pferde zu stellen das war gut wahrscheinlich viel zu wenig woher das waren 2000 für zwei blöcke reicht das sogar ganz genau so ein helium block of solid kann man damit noch mehr machen helium nö ich kann mir zerstören ok so dann brauchen wir ewigkeiten hier kann man sich schnell herstellen ja jetzt läuft das mit dem büschchen wieder wir haben 697 gold blöcke also gold ohr so dann schmeiße ich das da noch mal rein soll er noch ein bisschen weiter herstellen und allemal ja was haben wir denn noch für questen die ich so lange ein bisschen nebenbei machen kann so der dann brauchen wir bettung was machst du gerade bei lost in times was sogar irgendwas bei lost in times ja was denn das war sie machen kann ja was denn er muss auch irgendwas machen ja dann mache ich torcherino gucken ob ich stift torcherino kannst du noch nicht warum nicht nach segeln keks aber ich kann schon mal vorbereiten für den 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 komischen kompress cobblestone da was das ist doch dieser komische cobblestone herstellen muss doch das ist mal die finger davon ich brauche das man nicht gerade was brauchst du kompress cobblestone hä? willst du mich verarschen? nee für den bildersthorn brauche ich den ja den mach mal schneller warum brauchst du anderen bildersthorn bei welcher quest da bei dem super ding hä da brauchst du doch salt ender und block of petroleum brauchst du auch so einen großen hätte ich doch herstellen können mit 43 millionen blöcken muss ich doch zweimal herstellen ja 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 ja